Peace Freunde und Willkommens in einem weiteren Video. Heute gucken wir uns 10 heftige Filmszenen an, die Schauspieler später bereuten. Wahrscheinlich auch so eine Szene, wo man sich dann auch mal Nakidai gezeigt hat. Das werde ich auch bereuen, wenn die dann auf einmal viral geht und jeder mich... Aber manche machen das ja gerne so, ne? Mal gucken. Ey, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Hier kommen Daily-Videos, deswegen lasst auch ein kostenloses Abo da, um keine Reaktion, kein FIFA-Team-Bewertungsvideo oder sonstiges zu verpassen. Ist auf jeden Fall sehr wild momentan, der Support-Kuss. Und ich würde sagen, wir gucken uns den Lachs an. Du Scheiße. Was? Was sind denn das für Dinger? Was? Was ist? Unangenehme Szenen zu drehen, gehört zwar zum Job... Boah, das erinnert mich gerade an diese Szene, wo ich mit Hamid diese Foot-Draft-Challenge gemacht habe und der Verlierer seinem Bein wachsen musste. Und ja, mein Bein danach so aussah. Von Hollywood-Schauspielern, aber es gibt auch immer wieder Filmmomente, die dermaßen zu weit gingen, dass die Stars sie im Nachhinein so richtig bereuen. In diesem Video zeigen wir euch daher 10 heftige Filmszenen, welche die Darsteller im Nachhinein am liebsten nie gedreht hätten. Es erwarten euch unter anderem Schauspieler, die sich völlig unnötig verletzten, eine Frau, deren ganze Karriere durch eine Szene bestimmt wurde und ein Star, der seine berühmteste Filmszene aus Scham nicht einmal selbst angeguckt hat. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird spannend, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche die peinlichste Filmszene ist, die euch spontan einfällt. Wir sind gespannt. Wir starten mit dieser Szene aus Quentin Tarantinos Western The Hateful Eight aus dem Jahr 2015, der damals zahlreiche Filmpreise abräumte. In einer Szene reißt der von Kurt Russell gespielte Kopfgeldjäger John Ruth, der weiblichen Gesetzeslosen Daisy Domagu, die gerade einen alten Folksong auf der Gitarre gespielt hat, das Instrument aus der Hand und zerschlägt es mit voller Kraft. Daraufhin schreit Jennifer Jason Leigh, die die Gesetzeslose verkörpert hat, entsetzt auf. Die Szene stand zwar genauso im Drehbuch, Jennifer Jason Leigh's Entsetzen war allerdings nicht gespielt, sondern echt. Warum? Tatsächlich sollte die Gitarre vor dem Zerschmettern nämlich noch durch eine Filmrequisite ersetzt werden. Da das aber nicht passiert ist, hat Kurt Russell somit eine echte Gitarre aus dem Jahr 1860 in ihre Einzelteile zerlegt. Nein! Diese war nicht nur 40.000 Dollar wert, sondern auch unersetzlich. Einfach mal 40k gegen die Wand gehämmert, boah! Ja okay, ich verbrenne 40kern. FIFA, der verbrennt 40kern im Film. Ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Kurt Russell bereut es bis heute zutiefst, dass er dieses Einzelstück zerstört hat. Als Konsequenz leid das Museum, aus dem die Gitarre stammte, seitdem übrigens keine Instrumente mehr an Filmproduktionen aus. Ja, würde ich auch nicht mehr machen. Als nächstes kommen wir zu einer Szene aus der Komödie Jungfrau 40 männlich sucht, in der ein 40-jähriger Nerd eine Freundin sucht. Der aus lustigen Filmen wie Ananas Express oder Bad Neighbors bekannte Schauspieler Seth Rogen verkörpert hier den besten Freund des Hauptcharakters. Wie man es von Seth Rogen gewohnt ist... Ich kenn den Film gar nicht. Gibt es natürlich auch in dieser Komödie sehr derbe Scherze, die oft unter die Gürtellinie gehen. Obwohl der Schauspieler auch in seinen späteren Filmen nicht damit aufgehört hat und für Jungfrau 40 männlich sucht sogar für den MTV Movie Award nominiert wurde, gibt es hier trotzdem eine Szene, die selbst ihm zu weit ging und die er im Nachhinein am liebsten ungeschehen machen würde. Und zwar spielt er in dieser Szene mit einem Kumpel gerade das Videospiel Mortal Kombat, als die Frage, weißt du warum ich weiß, dass du schwul bist, fällt. Anschließend folgen dann minutenlang Sprüche, die Homosexuelle heftig diskriminieren. Seth Rogen betonte später, dass er solch eine Szene nie wieder drehen würde und er nicht möchte, dass sich Menschen schlecht fühlen, wenn sie seine Filme sehen. Ja, das ist schon wahr. Damals war das auch alles noch ein bisschen anders, ne. Ja, diese ganze Community und so. Damals war es noch nicht so krass, dass sich so viele geoutet haben. Damals haben sich noch viele nicht getraut und so. Heutzutage ist es ja so normal und jeder Mensch soll sein, wie er ist und so. Aber damals war das alles noch ein bisschen verpönter und so würde ich jetzt sagen. Und da hat er ja wahrscheinlich auch diese Szene dann zugestimmt. Heutzutage, wenn so eine Szene ein Film ist, glaube ich, wird jeder ablehnen, weil jetzt alle halt viel schlauer sind und viel offener, weltoffener sind und so und sich viel verändert hat. Kann ich nachvollziehen. Würde ich auch nicht so fühlen, wenn irgendwie im Internet von mir Worte sind, die ich vor zehn Jahren gesagt habe, die nicht cool sind. Die nächste Szene stammt aus dem Film Rocky IV, einem Teil der berühmten Boxfilmreihe mit Sylvester Stallone. Allerdings war es nicht der Actionstar selbst, der hier im Nachhinein eine Szene bereut hat, sondern der Schauspieler Carl Weathers, der im Film Rockys Mentor Apollo Creed verkörpert hat. Genauer gesagt handelt es sich bei der Szene um einen Boxkampf zwischen Apollo Creed und dem bösen Gegenspieler Ivan Drago. Schauspieler Dolph Lundgren, der Drago darstellte, schubste Weathers hier in die Seile im Ring. Weil es Weathers nicht gefiel, so doll geschubst zu werden, hatte er eine Kurzschlussreaktion und versetzte Lundgren im Anschluss einen echten Schlag. Das wollte sich Lundgren aber nicht bieten lassen und nockte seinen Schauspielkollegen mit einem Schlag seinerseits voll auf. Carl Weathers war... Stellt mal vor, ihr denkt so auf, entspannt, Film drehen, ihr haut euch gar nicht wirklich in die Schnauze und so. Auf einmal einer wird sauer, weil er zu doll geschubst hat bei der Filmszene, haut ihm ein Ding. Der andere denkt so, Junge, was haust du mir wirklich ein Ding? Haut ihn ein Ding und nockt ihn aus. Junge, wie witzig. Hä, wie übertreibt die so? Chillt doch mal euer Leben, das ist nur ein Film. Ihr seid Schauspieler, entspannt euch. ...ließ wütend das Set, nachdem er wieder zu sich gekommen war und die Produktion des Films verzögerte sich um ganze vier Tage. Der Schauspieler lernte in dieser Szene, dass man Dolph Lundgren definitiv nicht wütend machen sollte. Außerdem bereute er diese Szene später gleich aus zwei Gründen. Erstens trug er natürlich krasse Schmerzen davon und zweitens bereute er im Nachhinein auch sein damaliges unprofessionelles Verhalten. Kommen wir nun zur Schauspielerin Margot Robbie und dem Film Suicide Squad. Denn auch wenn er dieser Superheldenfilm zu einer deutlich höheren Bekanntheit verholfen hat, gibt es in Suicide Squad eine Szene, die Margot Robbie noch immer bereut gedreht zu haben. Welche? Und zwar geht es um die Szene, in der die von ihr verkörperte Harley Quinn sich in einen Bottich mit Chemikalien fallen lässt, die ihre Haut Joker-Weiß färben sollen. Natürlich war die verwendete Flüssigkeit nicht wirklich gefährlich, dennoch bezeichnete Margot Robbie diese Szene im Nachhinein als das Schlimmste, was sie bisher überhaupt gedreht hat. Die Flüssigkeit drang ihr in alle Körperöffnungen, sie bekam kaum Luft und sie konnte die ganze Zeit über kaum etwas außer Weiß sehen. Der Dreh dieser Szene war für die Schauspielerin also eine wirklich traumatische Erfahrung und sie bereut es daher bis heute zutiefst dabei mitgemacht zu haben. Also war das kein normales Wasser, sondern es war irgendeine eklige Flüssigkeit, die sie wirklich belastet hat. Ja okay, aber wenn man dafür so berühmt wird, kann man damit glaube ich leben. Sie hat ja keine bleibenden Schäden davon getragen, oder? Weiter geht's mit dem wohl berühmtesten James-Bond-Darsteller, nämlich Sean Connery. Obwohl ihn die Rolle als britischer Geheimagent in Dienste ihrer Majestät viel Geld und Ansehen einbrachte und er sie ab 1962 insgesamt sechsmal spielte, bereute der Schauspieler nämlich im Nachhinein alle Szenen, in denen James Bond... Ich hab gehört, James Bond soll jetzt eine Frau werden demnächst, stimmt das? Also eine Frau soll dann ab jetzt James Bond spielen, ist das real oder hab ich das scheiße gehört? Ich hab den neuen James Bond Film nicht geguckt, aber alle haben gesagt so, ich will jetzt niemanden spoilern, aber ich wurde selbst gespoilert. Alle haben da gesagt, dass er da sozusagen den letzten Film gemacht hat und als nächstes da eine Frau James Bond 007, also die Rolle einnehmen soll. ...Bond mit seinem Charme auf eine sehr fragwürdige Weise Frauen verführt. Er musste dabei nämlich immer einen heftigen Macho-Meme, der Frauen gegenüber anzügliche Sprüche bringt und ein Verhalten zeigt, das heutzutage definitiv kein Held in einem Film mehr haben würde. In dieser Szene überrascht er beispielsweise eine Frau in der Badewanne und als sie ihn bittet, ihr etwas zum Anziehen zu geben, reicht er ihr lediglich Schuhe und setzt sich dann... Aber ist doch eine geile Szene. Kannst du mir was anzuziehen geben, was machst du hier drin? Er gibt dir Schuhe. Sean Connerys Hass auf seinen Charakter übrigens so weit, dass er in einem Interview später sagte, dass er James Bond töten würde, wenn er ihn einmal im echten Leben treffen würde. Aus einem ganz anderen Grund hingegen bereute der Schauspieler und Vater von Charlie Sheen, Martin Sheen, diese Szene aus dem Antikriegsfilm Apocalypse Now von 1979, der mittlerweile als echter Filmklassiker gilt. Die von Sheen verkörperte Figur Captain Willard betrinkt sich in einer Szene in einem Hotelzimmer und zerstört anschließend alles, was er dort findet. Obwohl die Szene beim Publikum sehr gut ankam, ist sie Martin Sheen nicht in guter Erinnerung geblieben. Genauer gesagt, in keiner Erinnerung. Zur Vorbereitung auf die Szene trank der Schauspieler nämlich tatsächlich so viel, dass er sich am nächsten Tag nicht mehr an den Dreh erinnern konnte. Der war so suff, dass er alles nicht mehr weiß. Wie cool. Hä, ich wusste nicht mal, dass die wirklich trinken für manche Szene, damit die realistischer wirken, oder was? Weil man nicht so easy so einen besoffenen spielen kann, oder was? Hä, wie cool. Also, wie cool, aber letztlich auch uncool. Ich dachte immer, das ist alles gespielt. Sheen war dies so peinlich, dass er sich die Szene bis jetzt nicht einmal angeschaut hat und seinen Zustand am Set bis heute bereut. Ja, der hat bestimmt richtig genervt, die ganzen Leute. Die waren schon, mach mal jetzt und so. Und er so, kann ich noch was trinken? Das ist mit dem Schauspieler Sir Ian McKellen, den man vor allem als den Zauberer Gandalf aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennt. Während dieser in der Herr-der-Ringe-Reihe gerne mitspielte, bereute er seinen Auftritt in Der Hobbit, eine unerwartete Reise, sogar schon während noch gedreht wurde. Lord Voldemort, hast du mit Gollum geschlafen, oder hat dich Gandalf auseinandergenommen? Stark in der modernen Technik. Während die Herr-der-Ringe-Filme nämlich noch mit vielen Schauspielern und Requisiten an tollen Drehorten verfilmt wurden, musste Ian McKellen seine Szenen für Der Hobbit größtenteils alleine vor Greenscreens spielen und dabei so tun, als seien seine Drehpartner da. McKellen brach irgendwann sogar traurig am Set zusammen und sagte, dass diese Art Filme zu machen für ihn gar nicht ginge und er nicht Schauspieler geworden sei, um so zu arbeiten. Als nächstes kommen wir zu dieser Pool-Szene aus der Komödie Er steht einfach nicht auf dich, aus dem Jahr 2009. Der Film war einer der ersten großen kommerziellen Hits für Scarlett Johansson, die damals ein aufstrebender Star war. Aha. Durch ihr verführerisches Auftreten in dieser Szene bekam sie allerdings den Ruf als heiße Braut und Sex-Symbol und wurde daher vornehmlich in Zukunft nur für entsprechende Rollen besetzt. Scarlett Johansson, die übrigens überzeugte Feministin ist, gefiel dieses Image aber von Anfang an nicht. Noch schlimmer war allerdings, dass der Ruf, den sie wegen dieser einen Pool-Szene hatte, sogar dafür sorgte, dass sie Rollen, die sie unbedingt haben wollte, nicht bekam. Oha, weil sie nur noch so diesen, sie ist die heiße aus dem Film bekommen hat, oder was? Der Regisseur David Fincher castete sie zum Beispiel nicht, weil sie ihm zu sexy war. Und so ist es kein Wunder, dass Scarlett Johansson die Pool-Szene bereute und sich heute an... Aber es ist doch meistens so, dass so Schauspielerinnen voll gut aussehen und die kriegen auch andere Rollen, auch wenn die gut aussehen. ...gegen die Objektifizierung von Frauen einsetzt. Auch der Schauspieler Denzel Washington hat in einer Filmszene mitgespielt, die er aufs Heftigste bereut. Und zwar handelt es sich hierbei um den Showdown des Films The Equalizer von 2014. In der Szene bekämpft der zweifache Oscar-Preisträger seine bösen Gegenspieler in einem dunklen Lager, in dem die Sprinkleranlage läuft. Dies sieht für die Zuschauer zwar sehr, sehr spektakulär aus, war für... Bei ihm war das bestimmt voll eklig. Denzel Washington aber die Hölle, wie er später in einem Interview sagte. Die Szene wurde nämlich über drei Tage gedreht und an jedem dieser Tage musste der Schauspieler sich jeweils 13 Stunden am Stück von der Sprinkleranlage... ...durchnässt wahrscheinlich, ne? ...regnen lassen, während der gesamte Rest des Drehteams von Regenmänteln und Schirmen geschützt war. Die Bedingungen beim Dreh erinnerten also fast schon an Folter und sorgten somit dafür, dass der Hollywood-Star die Szene bis heute bereut. Krass, ja. Zu guter Letzt möchten wir euch nun... Ich glaube, ihr müsst 13 Stunden lang, drei Tage lang die ganze Zeit irgendwie mit Wasser... Ihr werdet die ganze Zeit so angespritzt mäßig und dann irgendwie seid ihr die ganze Zeit nass und voll eklig und die ganze Zeit kalt und boah... ...drei Tage lang hintereinander, boah, glaube ich, ist echt eklig. ...eine Szene vorstellen, die den Schauspieler völlig unnötig gefährdete und eigentlich niemals so hätte gedreht werden sollen. Oha, schießt da mit Pfeil auf ihn. Burt Reynolds war in den 70er und 80er Jahren in zahlreichen Action- und Abenteuerfilmen und Komödien zu sehen und war einer der beliebtesten und bestbezahlten Schauspieler seiner Zeit. Da er ein Image als harter Kerl hatte, bestand er bei den Dreharbeiten zu dem Abenteuerfilm Beim Sterben ist jeder der Erste, daher auch darauf, dass er selbst mit einem Kanu einen Wasserfall herunterfing. Der Regisseur hatte eigentlich geplant, eine Puppe einzusetzen. Burt Reynolds wollte aber unbedingt, dass es echter aussieht, fuhr den Wasserfall tatsächlich herunter und verletzte sich hierbei schwer. Im Nachhinein bereute der Star diese Szene übrigens nicht nur wegen seiner Verletzungen, sondern weil man im fertigen Film zu allem Überfluss auch nicht mal sah, ob nun eine Puppe oder ein Mensch im Kanu sitzt. Und das war noch so. Ja, Junge, was eine komische letzte Szene. Herr, nimm doch eine Puppe, das gibt auch sonst immer Stuntmänner und so für sowas. Der Mann war ja richtig selbstbewusst. Heute war ein cooles Video, was für Szenen wir gesehen haben. Die Top-Szene war das mit den Schuhen, safe auf jeden Fall. Lasst doch mal ein Like da, lasst doch mal ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns, Freunde. Peace.